Was machst du, ja? Deine Haare, so sieht es aus wie ein verkacktes Überheim. Nicht mal deine Nase passt in die Maske. Was ist das? Mach mal wieder anders aus wie Sonnenschirm. Was ist das? Einfach einen Job, Rob, die bitte wissen direkt, wer es ist. Er macht schon, Rob, FIP weiß schon, ja. Tschüss. Okay, okay. Ah, boah, der hätte die Futter aus Mutter auseinander gemacht. Inschallah, ich steckst du an deinem Hauch. Oha. 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 Gott, das ist alles deine Schuld. Wie viel Mietplätze hat deine Nase? Nein, nein. Wie viele Parkplätze, Garageplätze. Wie viele Autos? Safe for über 100 Models. Mach mal kurz den Koffer, aber man möchte lange auf deinem Koffer. Er sieht einfach aus wie die, sag ich schon, Entwicklung von Köksalmama. Wala sogar, ja. Weiterentwicklung. Wala sogar, ja. Der ältere Bruder. Er läuft doch immer so durch die Gegend, warte. Wala erkannt. Wala ist immerhin zu Hause. Steckt ihr auch eure Köpfe hinter Tafeln? Toll, da musst du kommen. Ach, Bruder. Jungs, guck euch mal Hakan an. Kann er Schlittschuh fahren? Denkt ihr? Safe Profi. Oh. Was sagst du? Blau, rot oder schwarze Piste? Schwarz. Schwarz ist die steilste. Babypiste. Erstmal Babypiste. Nein, ja. Direkt schwarz. Aber was hat Schlittschuh mit Piste zu tun? Der fällt doch schon hier. War das ein Schlittschuh? Fällt doch schon vom Balkon runter. Ski. Ah, ja. Ski ist das selbe. Oh mein Gott. 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 Ich dachte, ich habe mich gerade selber gesehen. Ich habe mich gerade so erschrotten. Das ist so, so süß. Oh mein Gott. Habe ich eigentlich schon eine Möglichkeit, bei Bardoni zu arbeiten? Ja. Als, als, äh. Ihr seid schon. Ja. Als, äh. Ja. Kleiner Stimme. Ja. Nimm mal kurz meine Jacke, bitte. Hahahaha. Onkel. Jungs, hängt eure Jacken auf. Hahahaha. Der sah es voll lustig auf den Autop. Ich bin kurz meine Jacke wieder. Hahahaha. Hahahaha. Der hat da genug auseinander genommen. Ja gut, Leute. Ich verabschiede mich dann mal. Ich nehme sie schon. Hahahaha. Guten Abend. Hahahaha. Du kannst. Du kannst hinten als Hüpfburg arbeiten. Was? Als Hüpfburg. Hahahaha. 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 Wow, Mama guck mal. Hahahaha. 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 Der braucht doch noch keinen Taser mehr. Der kann einfach Leute beinschellen mit Nase. Ich bin auch Tunnel mit Ein- und Ausfahrt. Stück das. Hahahaha. Hahahaha. Beide Dings Militär Base. Ich kann da arbeiten, ja. Hahahaha. 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 Dankeschön. Hahahaha. Ich wurde nicht mal so hart in der Schule gebobbt, ja. Hahahaha. Du warst in der Schule. Hahahaha. Hahahaha. Schlaft gut, Jungs. Bye, bye. Gute Nacht. Bye, have a great time. Hahahaha. 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 Wer ist so schwerṣert? Hahahaha. Er ist so schwer zu kommen. Hahahaha. Hahahaha. Ich meine, das ist dogsta. Jetzt ist die hag, Sie wollte zu machen. Hahahaha. Ich meine, Jungs. Mach mal so etwas. Lass mich doch mal. Lass mich doch mal in Ruhe. Komm in mein Spitzzimmer. Nein, du warst da bestimmt. Komm, wir machen hier weiter. Ich trau mich nicht. Komm, wenn du Eier hast. Ruhe, 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 Ruhe. Ich wusste... Wer will in mein Spitzzimmer? Ey, du gehst nicht so gut. Ist mir egal. Boah, okay. Er macht ernst. Komm her. Ey, lass mich da raus, ja? Mann, er kriegt jetzt nicht so gut. Mann, er kriegt jetzt nicht so gut. Mann, er kriegt jetzt nicht so gut. Was willst du tun, ey? Mann, er geht... Bro, du gehst mal nicht. Du weißt, ich komme nicht mehr raus. Sag, Entschuldigung. Okay, ey, du willst es aber auch wissen, ne? Bitte. Ich seh dich. Ich seh dich. Boah, es schmeckt... Nein. Soll ich aufhören? Ja. Wirklich? Du! Boah, oh mein Gott! Mach auf! Komm her, du ekliger. Haha, falsche Seite. Was? Hallo? Ey, was ist das für ein Scheiß-Handy? Ah ja, hallo, ey. Ey, ich hab hier einen Notruf am... Ich hab hier einen Notruf am Leuchtturm. Ich brauch Hilfe, sofort. Bitte helfen Sie mir. Ja, hier sind Leute maskiert, die bedrohen mich mit Langwaffen. Ey, scheiße, Alter. Hey, wir kommen sofort, Alter. Bitte beeilen Sie sich. Am Leuchtturm. Ich liebe ihn, Allah, ich liebe ihn. Sollen wir dich mitnehmen? Äh, ja. Im Kauferraum. Du musst leider auf dem Schoß sitzen dann. Passt schon, oder? Ja, das geht voll klar. Besser als zu laufen, oder? Boah, hast aber echt markante Beine. Boah, heftig. Normal. Willst du Musik hören? Äh, ja, hau mal raus. Kannst du Musik hören gerade? Äh, was heißt kann? Ja doch, schaffst du schon. Weil du bist ja halb aus dem Fenster gelehnt. Du bist ja ein bisschen zu breit für das Auto. Ja, ja, ich, ich, ne. Bose Sounds ist ja das. Geht klar. Äh, ja, ich würde mich tatsächlich gerne vorstellen. Achso, ja, aber das Ding ist, ich kann Ringe nicht hergeben. Oder dich einstellen, weißt du? Ja, dass du halb so will. Ich fang, ich fang ganz unten an. Ja, aber ich kann, ich kann dir keinen Job geben, sozusagen. So, weißt du? Dass du zu den Chants dann sozusagen gehörst. Ist doch egal, ich bin einfach, ich mach so ihr, ne. Praktikum mäßig einfach. Kann ich dann auch so geile Autos fahren? Hm, vielleicht. Ich fang mit dir eins aus, dann kriegst du einen. Gefickt. Ja, es läuft. Kann man hier mal ein bisschen. Herr Schmidt, was machen sie? Keine Ahnung, Mann. Ich dachte mir, komm, der sah ein bisschen angeschlagen. Ich hinde mal mit. Hi. Guten Tag. Ja, hi. Seid ihr auch bei den Gents? Ja. Ich mach heute mein Praktikum. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin, äh, hier. Sag schon. Ich bin, äh, Gepäckträger. Sie machen einen Praktikum? Ja, ja, ich bin Gepäckträger. Ich trag die Leute da rein. Achso, achso. Ja, okay. Ich hab einen anstrengenden Tag, äh, überhaupt kein Ding. Ah, bitte schön. Kein Problem. Ich kann dich auch runter tragen, wenn du magst. Ja, 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 ich möchte sie machen. Sehr schnell, echt nett. Der Maxim redet mal ein bisschen langsamer. Komm mit Maxim, komm. Äh, soll ich dich ins Wasser schweißen? Äh, kennst du diese Firma so, ne? Wenn dein großer Onkel. Äh, ich wollte es im Waffenschrank. Ganz ehrlich, den, den Schritt kannst du auch selber machen. Zehn Autos? Nein. Auf keinen Fall. Dieses Verhalten ist ein absolutes No-Go, Männers. Kommunikationsverhalten ist ein Must-Have. Wenn ich mal fragen dürfte, waren waren ungefähr das, wann wir bei euch reingebrettet. Hä? Hä? Oh, Dicker. Was ist denn, Mann? Nicht so Bock? Ähm, verteilen, 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 Männers, verteilen. Auf die Dächer, Jungs. Fick die! Dreh mit dir. Ah! Bitte? Nimm mich mal auf! Ja, komm! Erster von den ganzen Dengen zu drehen, Ehren, Mann. Aber sagt das nicht laut. Ich bin keine Snitch, Streetcote und so. Meinung zu diesem Fahrzeug? Ich bin Agent Bigger. Hallo, mein Lieber. Ohoho! Ohoho! Ey, lass mal bitte los. Was ist denn das für eine Pyramide hier, Alter? Leute, mach mal auf mit der Okkulten Scheiße! Das ist meine Delta-Einheit. Komm, steig ein, mein Lieber. Ehrlich? Ach, es sei ein Zufall, ja. Ey, Jungs, Gens4Life, Mann, wir sehen uns. Alter, was ist denn das? Türkischer Komboy-Modo oder warum sind hier so viele Leute auf einem Auto? In einem Auto. Nun, Freunde. Ey, darf ich jetzt auch ballern? Was? Nein, noch nicht. Okay. Pass auf. Äh, wir fangen mal von... Oh! 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 Die Hälfte war unter der... Wessen Fuß ist das? Komm her. Okay. Ist doch schon dumm. Ah! 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 Ich hör' die Damen nicht, ich hör' die Damen nicht. Ole, ole! Ich muss jetzt schon sagen, eine geile Truppe, ohne Scheiß. Du musst mich durchsuchen, Bruder, lass mal diese Filme. Ich war doch vorhin verdeckt unterwegs gewesen. Ich hab den Bunker der Jens hochgenommen. Warte mal, ich schau mal, ob das wirklich klappt. Das Special Agent, ja, da seh ich mich. Das Special Agent, ja, da seh ich mich.